Manchmal sind sie dein Ding im Leben, ne? Der berühmte eine Zentimeter! Ja, hier, guckt euch das an. Also die Hektarotter sind nur noch halb so lange, wie sie eigentlich sein sollten. Die haben das sauber abrasiert, was den Oberspeed auf dem Rohmerkopf hat. Und weiter geht's hier im Schloss von der SAB. Würde, Philipp! Philipp, einmal zentrum. Ich freue mich, dass wir nun jetzt hier alle im Foto und wir sagen, dass wir die Hektarotter mit der verschüttenden Lenkang einbieten. Jetzt hier von der Seite ein Henriklausen mit einem Rohr 700. Er hat das Hotel jetzt erst seit noch zwei oder drei Mal in Kürtel. Ein Teil der Lieder nach der Flucht und jetzt schon unter einem Weitkürtel. Und meinte, das ist doch eine geile Scheiße. Und was er damit anstellt, das zeigt uns hier sein Ziel. Heinrichlausen! Ja, der hat auch ein unvergleichliches Ziel. Und jetzt ist es einfach rechtlich. Und man muss einfach mal versuchen, 0.1 zu schreiben. Hier! Und das ist hier! Komm an! Na, nimm noch... Na, nimm noch! Na, nimm noch! Ich würde sagen, außer die Rauchposition steht ja kaum was nach! Na, es ist schon, äh... Ja, ist nur eine ganze Rote. Na, nimm noch eine... Na, nimm noch eine anderease. Ohhhh! Hallo! Was ist das so? Ja, nimm noch! Was hast du gesagt? Ich hatte sie nicht mehr auf. Was hast du gesagt? Woh? Hatte ich dich nicht mit dem Knie daran gehört? Ich kann mal hörni. Du sagst, er hat die ganze Rotenbrettung. Seine Rotenbrettung ist ein Biiiiiih. Der ist hier genug, es gibt hier alles gut. Also, da brauchen wir keine Späse drüber. Nee Späse drauf. Aber ich darf der Weint jetzt gerade machen. Nein, der Weint jetzt. Sie sollen das machen das hier für die Show, der macht die Zuschauer. Deswegen kann der ruhig, ganz schönen Applaus, komm, auf. Ich weiß ja, viele Leute hier, es war auf dem Weg mit dem Fahrer. Ah ja, aber schon. Das ist also Sache der Frauenfahrzeugfußnahme verboten, oder nicht?